Fantastisch! Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, aber gut, wir werden das dann weiter mal beobachten. Ich glaube aber schon. Hier hinten ist ein Schwein, aber wir haben ja keine Möhren. Hier sind sogar zwei Schweine. Oder kann ich den auch mittlerweile irgendwie Samen oder so eine Scheiße? Nein. Okay. Wir gehen das nicht auch mal irgendwie mit Weizen? Ich weiß, bei Kühen geht es aber bei Schweinen auch, oder? Ernsthaft? Weiß ich nicht. Ja, jetzt habe ich gerade keins. Muss mal abwarten. Egal, ich komme hoch. Gut. Wenn ich wüsste, wo ich hin muss. Ah, hier sieht ein Ausgang aus. Auch wenn die Welt sich ja komplett verändert hat, komischerweise. Ich dachte, weil der Eingang kam mir so vor eigentlich, als wäre der die ganze Zeit gegenüber gewesen. War scheinbar nicht der Fall. Was ist hier? Einzige, dass der Yogi nicht gescheit hier hoch springt. Ah, ist das Holz. Spring. Spring. Also ein bisschen nervig. Das ist teilweise, ob der da vor dieser Stufe vor und springt nicht. Ja. Gern nicht. Haben wir ja noch Essen oben? Ja, genug, ne? Ich habe gerade noch Brot gemacht und wir haben noch zwei Hühner. Ganz von mir aus die Schweine killen. Also das sollte reichen. Ein Amboss. Ein Zaubertisch. Ein Amboss. Ein Amboss. Viele, viele Achievements auf einmal dann gleich hoffentlich. Spring. Ich muss mal hier diese Treppen so ein bisschen runter bauen, dass man hier nicht ständig irgendwo runterfällt. So. Da haben wir doch noch elf... Achso, du hast die Rüstung noch gar nicht angezogen. Ich habe ja noch eine andere. Komplett neue Eisenrüstung in der... Ja, ich habe ja noch ein bisschen was anderes. Das mache ich erstmal kaputt. Ich habe noch die verzauberte Goldrüstung. Das ist zwar nicht ganz so gut, aber das reicht auch erstmal alles. Erstmal den ganzen Schrott hier wegmachen, den hier... Und ich habe auch noch Eisen an gehabt. Also das hat er mir ja komischerweise nicht geklaut. Da ist er, der Lumpi. Achso, endlich so. Los ist in der Crafting Table da. Jetzt bauen wir erstmal ein Feuerzeug. Das war vollkommen absichtlich. Und zwei, drei Stück. Und jetzt können wir schon den gleichen... Hä? Wir können uns auch Goldäpfel machen. War das auch noch Aufgabe? Ich habe Amboss! Was? War Goldäpfel auch noch Aufgabe? Nein. Gehen wir ihn da weg. So, Amboss! Amboss! Check! Das streiche ich mal sofort... Äh... Weg! Aus meiner Liste, dass der Amboss... Wir das geschafft haben. Äh! Ich würde gerne unseren Teich hier zum Einsturz bringen. Ich habe letztes Mal übrigens schon die Insel ein bisschen geflickt. Ich habe mit den Leuten gewettet, ob es dir aufhört oder nicht. Aber ich denke mal eher nicht. Hier war das ein Loch, was du mit dem Creeper gemacht hast, wo du dich hinterher gewundert hast, worum da ein Loch ist. Ah, hier hast du schon was gemacht. Das ist schon mal gut. Tierfarm können wir auch schon mal ab... Checken. Ich kann mal abhaken. Ich habe nur nicht genug Holz... Ah, da oben ist ein Baum. Ich kann mir noch Holz holen. Äh... Ich kann nicht hier den Zaun zubauen. Aber im Endeffekt ist das auch egal. Wir können da durchs Tor gehen. Wenn noch Tiere spawnen... Jetzt werde ich erstmal... Als nächstes baue ich jetzt erstmal einen Zaubertisch. Sag's nochmal. Und dann... Wir brauchen erstmal auch einen Zaubertisch und natürlich auch Bücherregale. Äh... 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 Ja gut. Für Bücherregale brauchen wir Bücher. Da brauchen wir Kühe ohne Ende. Wir haben nur eine. Ne, wir haben ja noch ein bisschen Leder doch schon in der Fische. Ja, haben wir schon. Ich weiß es nicht. Ich habe keins. In der Truhe ist was. Ne. Hä? Wo ist das ganze Leder hin? Keine Ahnung. Hä? Kannst du nicht sagen. Wie gesagt, vielleicht hatte ich was im Inventar. Aber das ist mir ja geklaut worden. Irgendwo dachte ich, hätten wir noch Leder gehabt. Okay. Hm. Hä? Das ist schlecht. Haben wir sonst keine Kühe noch irgendwo? Egal. Ich baue jetzt erstmal das. Ja, wir können nochmal auf einer anderen Insel gucken. Oder was? Ja, du kannst gerne rüber. Ja, mach ich das mal. Komm. Ich baue jetzt mal eben. Ich baue jetzt das Portal. Wie hoch muss das Portal sein? Das Boot war eh langsam, hast du gesagt, ne? Ja. Wie hoch muss das Portal sein, hast du gesagt? Insgesamt? Ja. Fünf. Aber du hast ja... Ich baue ja nur die insgesamt die Maße. Ich baue ja nicht... Nein. Ich baue nur die Maße. Ich baue nur breite mal Höhe. Ich weiß, dass man die Ecken weglassen kann. Achso. Ja, so. 1, 2, 3. Ja, so. Was denn jetzt in der Breite? Ach, du bist... Das hier ist... Du stehst quasi so auf dem Boden. Und dann... Ist 2 und 3 hoch. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich guck's nach, ey. Vorher 10 wieder. Doch, das passt so. 1, 2, 3, 4... Du... Loppen wir es mal nach. Das hättest du auch einfach gießen können mittlerweile... Ja, egal. In welche Richtung ist denn die andere Insel? 4 war 5. Das hätte mir doch schon gereicht. Die Information hätte mir schon gereicht. 1, 2, 3... Jetzt muss ich hier... Oh ja, das ist wenn man versucht nebenbei Dortmund zu gucken. Oder zu gucken wie es steht. Jetzt muss ich hier das abbauen. Und dann fällt alles ein. Aber gut, dann muss ich das jetzt hier machen. Hast du schon wieder alles kaputt gemacht? Nee. Aber jetzt gleich. Oder? Nee, ich hab nur Glück gehabt. Ist nichts passiert. Wie hoch bin ich denn jetzt hier? Ich schwimm mal jetzt. So, jetzt wird's spannend für euch. In der Zeit kann ich wirklich mal eben gucken wie es bei Dortmund steht. Haben verloren. 1, 2, 3, 4... Na, was für Holzköpfe, ey. Und jetzt... Ruhe... Das interessiert hier ungefähr 0% der Zuschauer. Wie ein Spiel aus der Vergangenheit aussehen. So. Äh... Zack. Andere Seite noch eben, aber... Ah, diese Steuerung ist echt eine Qual. Schieb nicht immer alles auf die Steuerung! Jemand, der es auf die Steuerung schiebt, hat es nicht verdient, das Spiel zu spielen. Ich hab schon wieder nichts zu essen mitgenommen. Jawoll! Ich hab's auch nicht verdient zu spielen. Du hast doch gleich sowieso da hinten genug Viecher. Meinst du? Hier ist auf jeden Fall ne Höhle. Ach, das ist... Hä, warst du nicht auf ne anderen? Da ist ein brennender Zombie schon mal. Komm her, mein Freund. Auf welcher... Ich weiß ja nicht, auf welcher du bist. Ich bin jetzt hier so quasi... Ja, das ist... Da kannst du doch knicken, da ist doch nix. Du musst auf die andere Insel gehen, auf die anderen sein. Ich merke es, aber hier sind Hühner, Kühe und ein Schaf. Das heißt, ich kann schon mal was zu essen machen. So, ich hab's netter Portal gemacht. Du hättest auch keinen Bock, wenn jetzt einer schreibt, nimm das Schwein doch mit rüber. Oder die Kuh, ich geh jetzt garantiert nicht mit der Kuh durchs Wasser da hinten rüber. Da kannst du einen Haken dran machen. Was ist denn hier los? Hier sind hier Spinnen, Enderman. Ich kann doch keine Pfeile machen, aber ich bin kurz davor. Was ist denn hier? Hä? Hast du noch Feuerstang? Ich hab gerade... Wo soll ich's herhaben? Weiß ich nicht. Ha, weiß es auch nicht. Der ganze Scheiß hier weg mal, der jetzt nicht mehr brauche hier. Kohle, Blöcke, Obsidian, Bauwert... Ja, ich brauch kein Holz auf dieser Insel. Aber hab ich Knochenmehl dabei? Warte mal. Muss mich jetzt erstmal so ein bisschen hier... Ich lege erstmal das Eisennetz da rein und dann gehen wir weiter. Gibt ja hier keine... Hab ich jetzt kein Baum-Sapling mehr dabei? War noch Holz hier? Ach leg mich doch ab! Hast du Holz weggemacht? Wo ist ein Sapling denn? Ich hab noch einen Zaun. Ich hab noch einen Zaun. Ich hab's hier aber gepflanzt. Die sind noch da. Toll jetzt muss ich die scheiße roh fressen oder was? Wo hast du denn hier was gepflanzt? Oben auf dem Berg. Muss ich die scheiße roh fressen, weil ich kein Holz mehr hab ey. Das ist doch kacke. Na ich komm zurück. Ich geh zur anderen Insel. Jetzt fehlt uns natürlich schon das Holz. Ein Bäumchen ist nur hier. Ja in der Truhe ist Knochenmäher. Dann kannst du sie auch wachsen lassen. Ein Bäumchen ist zum Glück nur hier. Sitzt auch schon wieder Nacht. Ja wir können uns ins Bettchen legen. Ja ich komme. Zumindest mal eben schon mal hier. Wenn nächstens wieder gleich eine Truhe bauen kann für unser Zeug. Schnell wieder ab in ne Kajüte. Ja jetzt bräuchte ich natürlich noch ein bisschen Zeug. Okay. Am besten wir bauen auch ne Doppeltruhe direkt. Ja wobei. Bin ich das? Wo ist denn das Truhen alles? Zack. Ja top. Keine Doppeltruhe. Das Truhen. Die baue ich jetzt hier vorne hin. Das werfen wir immer weg dafür. Das Zeug. Zack. Dreadstone. Braue ich jetzt nicht. Braue ich jetzt nicht. Braue ich jetzt auch. Braue ich nicht. Das ganze unnötte Zeug weg hier. Ich habe ja noch einen Zaun. Hier ist noch zwei Knochen. So. Lass jetzt mal eben schlafen. Ich muss nämlich gleich draußen noch was fahren. Jo. Ich liege. Da liegt er. Ja ist schon ganz praktisch auf jeden Fall wenn man die Nacht überspringen kann. Ja. Deni tief alter. Deni tief. So. Zack. Ähm. Es. Wo ist denn jetzt das gekocht da? Ich bin sehr optimistisch dass ich jetzt hier einiges rauskomme. Alter wie schnell ist das Zuckerrohr bewachsen. Krass. Hm. Jo. Top. Tschöp tschöp. Ähm. Ja. Ich will jetzt nicht noch was. Das muss ja natürlich. Eigentlich schnell gehen. Dachte ich. Ist jetzt hier noch Eisen reingetan? Ja. Braust du Eisen? Nö. Aber Vanille. Ich hatte gerade noch was aus dem Ofen. Oh mal ein ganz cooler Überblick über die Insel. Mach's du denn? Ja ich habe mir hochgestackt damit ich nicht. Ich brauche ein paar Feuersteine. Boah der Schub ist natürlich schön kaputt gegangen. Ich helfe dir. Ja wenn ich sterbe dann hast du ein Problem. Und das Zeug liegt doch hier rum. Ja ich baue es übrigens mit dem Schwert ab ich weiß. Äh da ist noch ein Baum. Hast du einen Feuerstein? Immer noch nein. Ja aber du hast doch gerade was abgebaut hast du gesagt. Deswegen. Achso. Ja vier Stück habe ich nicht. Ne 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 habe ich nicht. Ich habe nur vier Gravel aufgenommen überhaupt. Aber ich habe nichts. Ich habe nichts. Toll das reicht jetzt. Du hast jetzt letztes Mal gesagt ein Boot ist langsam ne. Ich habe vielleicht auch etwas falsch benutzt. Ich habe keine Ahnung. Kann aus seiner Sicht es falsch benutzt haben. Wo war denn die andere Insel? Batterie fast leer. Jawoll. Zurück zum Spiel. Nein. Geh hoch. Ach Leute. Das iPad hat eben innerhalb von einer über einer Stunde nur 15% aufgeladen. Zack. Dann habe ich eben wo ich es aufgeladen habe bei insgesamt bei 30. Und jetzt bin ich schon wieder bei 10 runter. Ein bisschen Ordnung hier reinbringen. Wo ist der Bogen her? Der Bogen ist da. Die Axt brauche ich nicht. Oder da hin. Da machen wir die Axt hin. Ne da machen wir das Essen hin. Das Essen hin. Da machen wir die Axt hin. Dann kann ich mir eigentlich jetzt noch eine schöne Spielzocke bauen. Ich habe die Höhe aber doch. 2 Spitzacken. Sicher. 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 Zack. Schwert ist auch noch heile. Das ist gut. Ich bereite mir jetzt schon mal was vor. Ab in den Näsern. Papi braucht Glowstone. Aber wo ist denn die Sichtweite? Papi braucht Glowstone. Okay. Ist ja alles safe. Wunderbar. Erstmal auf das Snaggel. Weißt du wo die Sichtweite ist? Wie eine Einstellung. Perspektive hier. Ne. Ja. Er sagt immer sofort ne. Und dann denkst du wirklich nicht. Ja doch. Optionen. So. Lautstärke. Perspektive. Multiplayer. Überlan. Skins. Mausempfindlichkeit. Y-Achse. Linkshänder. Geteilte Steuerung. Tastengröße. Tastenbelegung. Controllerbelegung. Helligkeit. Field of View. Raffinierte Grafik. Schöner Himmel. Animiertes Wasser. GUI ausblenden. Nix. Viel äh. Sichtweite. Vielleicht musst du die machen vom Server aus oder so. Das heißt ich sehe natürlich jetzt nicht wo ich hinschwimmen muss. Das wäre äußerst blöd. Da hinten ist was. Vielleicht. Sichtweite ist bei mir ganz unten. In den Optionen der unterste Button. Das ist eine Vierecke da oder was? Die Blöcke? Ja. Ich habe da nur Helligkeit. Sichtfeld. Bei mir steht das zweite von oben ist äh. Sichtweite. Die steht aber sowieso bei mir auf Maximum. Ja wieso steht da bei dir Sichtweite und bei mir Sichtfeld? Bei mir steht sowohl Sichtfeld als auch Sichtweite. Weil das ja zwei unterschiedliche Sachen sind. Ja ich habe nur Helligkeit und Sichtfeld. Helligkeit. Sichtweite. Sichtfeld. Gehbewegung. Raffinierte Grafik. Schöner Himmel. Animiertes Wasser. Ja. Ich habe nur Sichtfeld. Komisch. Hast du das etwa nicht gekauft? Natürlich. Sonst könnten wir doch nicht zusammen spielen. Klar könnten wir dann zusammen spielen. Oh 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 oh. Oh Mami. Oh Mami ich brenne. Oh Mami ich brenne. Nein 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 nein. Ja genau wie will ich denn hier bitte an Zeug kommen wenn sofort dieser Magmawichser da rum eiert. Bist du Nether? Ja. Dann komme ich doch mal gucken. Schön. Oh das ist hier mit Steinchen gebaut. Ja toll wie will ich das jetzt. Was hast du vor? Wie will ich das Fick den von hier entlegen. Ich will einfach nur ein bisschen Glowstone haben. Oh ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen. Ich brauche Glowstone. Wofür? Für meine Redstone Konstruktionen. Den hole ich mir jetzt auch. Spring doch jetzt du dummer. Kannst du was Fieber? Wie lange wird das jetzt wieder gut gehen finden wir hier im Nether Room Eiern? Kannst du was Fieber ein bisschen beschäftigen? Welche Fieber? Wo bist du da oben bist du? Warte ich guck. Bleib du beim Portal damit ich deinen Namen sehe sonst hinter verlaufe ich mir hier. Okay. Das ist natürlich sehr spannend. Ich brauche jetzt nur ein bisschen von dem Zeug dann haben wir das auch abgehakt. Dann kann ich wieder zurück machen. Heiß genug erstmal jetzt. Das muss reichen gleich. Einfach nur für so ein paar Lampen. Wir wollen ja dann auch noch eine Villa bauen. Für den Unterschlupf alleine brauchen wir das jetzt nicht unbedingt aber. Nice to have sag ich mal. So. Joa. Den nehmen wir auch noch mit. Ja das ist echt natürlich gegen den Garst hier in der Pocket Edition. Könnte natürlich wirklich ein bisschen schwieriger werden. Ja. Kannst du eh nicht gescheit zielen. Das ist ja. Keine Ahnung. Müssen wir mal ausprobieren. Müssen wir mal nur mal nen Bogen mitnehmen und das dann halt äh. Ich hab den ja eben schon einmal getroffen aber das dann dauerhaft. Oh. Jetzt hätte ich fast den Schweinekollegen gehauen. Ne einmal hab ich ihn ja erwischt aber dauerhaft. Den Kollegen da zu treffen. Das dürfte ein bisschen schwieriger werden. Ah da bist du. Wunderbar. Wenn ich jetzt deinen Namen sehe damit ich weiß woher muss. Ich kann schon wieder die Erfahrung nicht einsammeln. Tuck tulluck tuck. So. Und zurück. Ich krieg die Erfahrung schon wieder nicht. Da los. Tuck in die normale Welt. Was ist jetzt los. Ich hab ein halbes jetz Schaden gekriegt wegen irgendwas. Ich ernte mal nur so ein bisschen Zuckerrohr ab. Standen wir grad ineinander kann er sein. Bei mir ist das Spielgabler abgestürzt. Ne doch nicht. Ich hab nur geleckt. Ich dachte grad schon das ist ja abgeschmiert. Ah vielleicht hab ich deswegen die Erfahrung nicht gekriegt. Das war aber danach. Okay. So. Ich. Muss ich mal gucken. Wir haben immer noch kein Leder. Das ist scheiße. Ja zwei Stück hab ich in die Kiste getan. Aber das reicht das ja vorne und hinten nicht. Doch. Das könnte schon reichen. Glaube ich. Und halt eine Kuh können wir noch töten. Aber ich weiß nicht. Sie hat das in die andere Kiste getan. Ich weiß nicht genau was. Ich kann ja mal gucken was wir dafür brauchen. Können ja mal schauen was wir dafür brauchen. Jetzt geh doch in die scheiß Tür rein. Mein Gott ey. Das ist diese Steuerung ey. Das ist so unpräzise. So. Sie hat hier in die andere Kiste getan. Mal gucken. Was brauchen wir denn dafür. So wir sind übrigens glaube ich mit der Folge durch. Wenn du noch eine machen willst. Ich weiß nicht wie lange mein iPad noch hält. Sonst muss da noch mal eine alleine hinten dran hängen. Würde ich sagen Leute. Da sind wir am Ende. Wir wissen ja wie gesagt nicht immer genau wann wir das aufnehmen können. Aber ja wie gesagt haben wir ja erstmal zwei Folgen. Ja das wird eventuell ja ein bisschen unregelmäßig. Oder willst du noch einen hinten dran hängen. Dann bleib ich noch im TS. Aber ich kann ja nicht. Also ich kann glaube ich nicht weiter aufnehmen. Weil mein iPad jetzt gleich leer ist. Nee das ist ja auch egal. Haben die Leute zwischendurch noch ein bisschen Chance. Vielleicht noch ihre Ideen reinzuschreiben. Was wir noch für Sachen sehen wollen. Und ja. Ich muss jetzt letztes Jahr jetzt eben noch gucken wo der Schatz-Tisch hier ist. Ah hier unten. Ah das weiß ich nicht. Ich tu jetzt mal meine Sachen vorsichtshalber in die Kirche. Das Wichtige hier vorsichtshalber in die Kirche. Ich kann ein Buch bauen. Wir können den Tisch noch einbauen. Warte warte warte. Wir können den Tisch bauen. Ja wir haben ihn. Achievement. Ja sauber damit. Danke fürs Zuschauen. Und bis demnächst. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.